Herzlich Willkommen im letzten Mal vom Ampestadour. Jetzt ist es wichtig, dass ich Deutsch mit Ihnen lernen kann. Schön, dass Sie wiedersehen. Danke sehr. Herzlich Willkommen. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bundespräsident. Perfekt German. Ich habe sieben Jahre lang Deutsch gelernt. Seit 30 Jahren. Wo? Ja, ja, in Vorno-Antolinochschule, in Izmir. Ah, hier in Izmir? Aber ich habe keine Praxis seit 30 Jahren. Aber es ist gut, ne? Er hält sogar Leben auf Deutsch, ne? Er ist delivering speeches. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Danke. Danke schön. Danke schön. Danke. Danke. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Interessant, jetzt gerade den Traktur. Danke.